Ich smoke new hatch. Haben wir die Camps? Petscher noch im Shop. Petscher noch im Shop. Petscher noch im Shop. Wissen wir Wides test? Haben wir Wides test? Wides test nix. Wides test nix. Wides test nix. Einherzons auf der Zeit. An der Freezer Tür. An der Freezer Tür. An der Freezer Tür. An der Freezer Tür. Perfekt. Wo ist der? Wo ist der? In Freezer! Freezer? Nice boys. Gut gemacht Jungs. Schön. Good Job. Nice Call Duck. Das war so Lidia und der gespielt Jax. Du kannst das breachen Lidia. Ich wusste gar nicht, dass er das breachen kann. Unten. Ach Gott ja. Richtung Fireplace. Ah ja ja. Kannst du Hedge auf machen? Kannst du Hedge auf machen Lidia? Braucht ihr Hilfe? Ja. Wir werden gleich noch pushen. Ich bin auf den Camps. Einert Reading Hall glaube ich. Ich kann Wides test nix halten ne? Die smoke lab. Die smoke Richtung. Die sind schon Fire. Die werden rechts in Ecke. Oh 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 oh. Mitten Train. Plan. 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 Ich versuch Pillar zu droppen. Ich bin Wading Hall gerade. Noch einer? Ich bin Pillar. Ich glaub noch einer ist in drinnen. Fire oder so. Kann das sein? Eine Drohne die in Reading ist eine Drohne mitten drin. Lidia dürfen bleiben. Hier ein Train. Achso. Ne. Letzter End. Letzter End. Letzter End. Nice. Good Job boys. So played. Digga ich war übelst überfordert in der Situation wo die einfach gebrillt stand da. Ich war so überfordert in der Situation. Plan mit der Tür zu Freezer. 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 On ping. On ping. On ping. One to wide. One to wide. One to wide. Einer. Solid. Einer Solid. Und der ist unplated. Nein was? Was ist solid? Letzter Subplated. Letzter Subplated. Was bei der Freezer Tür. Bei der Freezer Tür. In den Shop. Ja. Du hast den Film schossen. Ja ich hab irgendwo ne Drohne. Ja. Ich hab irgendwo ne Drohne. Ja. Wer da pushed vor nicht. Ich bin noch nicht im Grund. Er pushed anscheinend noch nicht. Die werden über plant einfach gehen. Ich smoke new hatch. Leon steht short. Nice Bio. Ich smoke short. Nach laden. Ich glaub die planen default überhaupt. Einer push durch. Lars auch glaube ich da. Ja last new hatch. New hatch new hatch. Nice boah. Ist Leo ganz stark gespielt. Wo bleibt? Leo genauso. Nochmal links sitzt der. Der sitzt hintermunter. Der spielt der? Der spielt HV ja. Also direkt links da. Direkt hinter dem Counter. Direkt hinter dem Counter. Direkt hinter dem Counter war der eben. Warte ich stun ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Willst du mir Infusion nehmen? Jean kannst du mir Infusion gehen? Ja mach ich. Du nimmst Infusion und du flash. Ich flash einmal. Dann will ich auf plant gehen ne boys. Okay. Mute. Inglitsch'n'n'n'n'n'n'n'n'. Gute Arbeit da oben boys. Bucht leid. Oh fuck me. Ich hab sie verkauft glaube ich. Einer ist im bathroom oder so. Oder close. Einer unten. 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 Unser halten und dann kann er planten. Farbeide Plant gehen. Pillar. Gern mal wenn du planten gehen willst. Warte ich habe noch einer. Okay ich bin bereit. Ja lass dich. Ja ich werde abgesmoked. Ich habe eine mausrück. Ich habe eine mausrück. Die können aber Cocktail nicht pushen weil das ist noch eine No-Met. Einer ist an. Einer trains. Einer trains. Ja ja ich versuche. Ich versuche ein bisschen. Der ist im Liff. Der ist im Liff. Ist der eine Notation im Liff. PUSH 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 PUSH. Wette woanders. Einer im Liff. Einer tot. Berf im Tod ist Berf im Tod Einer White, Top White Top White, Top White Top White Jäger Rechts von mir Immer noch Top White Unter mir, Mosi Einer unten, einer Top White Du kannst Mosi kommt Red hoch Rechts, rechts, rechts Scheiße Schade schon Okay, Jäger White Hallway Ja, mach bitte Biano auf Okay, Pixel Clear Ich bin nachher in Set Ich bin nachher in Set Jäger auf White Set Ich bin nachher in Set Biano Jäger in-jet Jäger in-jet Mein Jäger spielt auch noch, White, White Ich bin hinten noch White, meine Drohle ist kaputt Einer ist oben noch bei Cocktail hinten Ich hab dich Pio, wir pushen bis zu zweit Ja Einer ist unterm Skylight direkt Unterm Skylight direkt Gut Letzter war dann unser Skylight So, ich drohne den letzten 1 Drohnen, 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 genau Ist er mir? Wollt ihr mal den Plant auf? Ich mach Oma auf Ey, Reading ist reingehand, glaub ich Reading ist 4 Raus und der Camp Hier auf dem Plan Lobby, glaub ich Schalten Y, Schalten Y, Schalten Y, Schalten Y Schalten Y, Schalten Y, Schalten Y Ja, Reading Hallway, Reading Hallway Wart, wart, wart Wart, wart Wart, wart Wie hab ich den nicht? Was ist denn? Patrick, warum droppst du ihn einfach? Was ist die Scheiße? Wir wissen nicht, wo er ist Wir wissen nicht, wo er ist Wir wissen nicht, wo er ist Ich glaub, der war jetzt in Fireface Vielleicht noch einmal Ja, nächst Fireface Links von der Bombe, links von der Bombe Direkt an die Plot Nur noch einer vom eigenen Alter Hast du noch einer? Ich hab mir keiner mehr 20 Sekunden Wir hatten nur noch mehr System Wir hatten nur noch mehr System Stop Close Wide Ich muss pushen Wir müssen pushen Wir müssen pushen Ich bin gespottet Ich bin gespottet Ich möchte gespottet Wir sindvic Ich denke, wer es kommt Denn wer es ist Der wird cuerse gott Ich bin gespotte Ich werde power gespottet 어야illions Ne? Der wird Abuch Oy Also Ja, sauber Bio. Letzte Stunde. Alter, Bio! Oh, das war haarschhaft. Ich bin einfach hier oben gestorben, ich wollte einen Stingsbogs. Ich wollte einen Stingsbogs, ich wollte einen Stingsbogs machen. Einer ist WhiteHobel, einer ist WhiteHobel, Leute, Spiel! Er liegt auf dem Boden, liegt auf dem Boden! Denk hier auf dem Plan, probier's auf dem Plan zu gehen, bitte. Liegt bei White auf dem Boden. Er ist wirklich sehr, sehr low, Bio. Schauen, was hast du. Schauen, du kannst ihn in eine bessere Position holen, ne? Du musst ihn offensichtlich kümmern. Vielleicht hast du auch Stated den. Ich glaub, Freezer, glaub ich. Freezer auch. Ja, ich glaub auch schon. Also nicht Deep Freezer. Doch, das war... Aber nicht klicken, nicht klicken! Oder... Nice. Uff... Ja, das war jetzt ein kleines Missverständnis. Ich dachte, der wär noch irgendwo in... hinten in Cocktail gewesen oder so. Ich hab keine Drohnen mehr, ja... Ich hab keinen Drohnen mehr. Ey, lass uns lieber Bar aufmachen, oder? Ja, ich hab das ja immer hier aufgemacht, oder? Vorsicht, nur wegen dem Typen in, ähm, close. Ich drohnen kurz, schauen, ich drohnen kurz, ne? Ich drohnen kurz, ne? Ich drohnen. Hält jemand den Breach. Ich drohne den Breach. Ich drohne den Breach. Ich drohne den Breach. Ich drohne die Breach. Es drohne den Breach. Ich drohne. Echt drohne schneller. Das ist ein Blick, das ist ein Blick Ich smoke wall Weiß, wo wallt du, weiß, wo wallt Du kannst hier vollblenden, vollblenden Ich halte landing, ich halte landing Ich werde markiert, relativ schnell für mich Ja, ich werde auch da gespottet Die bricht Jetzt die vier, fuck me Von Bar, von Bar Einer Bandit, einer Bandit, einer Landing Wo? Einer Bar? Ja, das war Landing Ja, das war Landing, der Jäger Bin, man, der ist er kann nicht Landing und Bar Nice, Landing down Let's have a Bar Let's start Der ist Richtung Breach Schon bei ihm Bei deinen Kollegen Nice Am besten immer gleich Weg nach dem Influencer, die Claimers Placen Das Problem war jetzt, ich hab genau da geplantet Wo halt man von der Bar aus mich hätte sehen können Ich hab nur wegen dem Smoke da geplantet Dann mach zu, kommt rein, IT zu machen Nein, nein, treibers ist schön Lass einfach kurz ein bisschen spielen Ein bisschen Zeit brauchen wir noch Ja, ja, ein bisschen, das stimmt schon Wir brauchen halt einen Kill, da können wir zumachen gerne Einer Ja Kannst du Shot gain? Äh, long mein ich Dort hab ich ja, ja Einer End, wo für Der Meta die Box 10 So eine Brone ist down Am 19 Windows ist einer Aber die haben's auch geschafft Jetzt kommt noch eine Drohne, Radin Drunter Radin, unter dem Tisch Ja, ich mach jetzt zu einfach Ja, wir ist down Dann komm ich weg nach der Ohne Red Einer Landing Okay Letcher Landing jetzt Ja Ja Lass mich mal bitte her spielen Geh du mal Geh du mal Geh du mal hier an Aviator rein Ich bleib hier an Ja, okay Ja, normal charge Und Landing Nomad, von Landing Aviator Is that short Ich glaub die haben keine mehr Einer in der Drohne Das geschieht Okay, sauber, sauber, sauber Studley ist clear Studley auf der Camp Dein Landing ist mindestens einer Ja, Nomads Okay, wir haben nur Studley Wir haben also zwei Tunen Was macht ihr? Scheiße Du hast, ist Done Ein Nite hier rein, repellt Kile mit Nite hier below Gott, der und hier ist auch, ach Gott. Können vielleicht doch brechen jetzt. Ich schalte, ich schalte long. Nice. Nein, nein, landing, landing immer noch. Eine window glaube ich. Ruhe. Study camp down. Study camp down. Ja, study door. Ich versuche über einen down über... Nein, gut schon. Ja, study door landing. Ich bin top Mainstairs, ich bin top Mainstairs. Sophia tot, Sophia tot. Gut, Sean. So schön, Sean. Nein, scheiße, close meine Walltür. Close meine Walltür und einer landing. Close Walltür. Close Walltür und der andere dahinter, der andere dahinter. Sauber. Gut gemacht. Alter, meine Waffe hat nicht geschossen. Ich bin jetzt am top. Ja, ja, ich bin jetzt, nein. Ich bin jetzt, nein, Leon. Fetcher, landing go. Okay, klar. Jetzt da... Links window? Ne. Das ist doch Astro mit der Fahrrad. Moin, Jungs. Moin. Moin, so viel hat der was. Loil, wie toxic Leon ist. Wir sind schon wieder auf Kill Skyheart. Was ist ein Schwein? Yo, Minimi direkt hinterher. Alles klar. Der kenn ich nicht. Leon darf den Kieren nicht. Ich hab den Kieren. Ach Gott, der hat gewonnen. Wir haben ihn wieder nicht gesehen. Ehrlich. Ich hab ihn nicht gesehen. Ich hab ihn nicht gesehen. Ich hab ihn nicht gesehen. Es wär so schön, wenn die Zeit rausgegeben ist und du sie nur geincheckt haben. Ich hab ihn nicht gesehen. Ich hab ihn zuerst auch nicht gesehen. Oh mein Gott. Es sah aus wie der Teppich. Es sah aus wie der Teppich. Es sah aus wie der Teppich. Ey, das sind halt die Uniformen. Ey. Die pushen mich gleich. Einer von China. Mit einem Astro. Fetch auf. 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 Ich hab zwei Wallbringer rausgefahren. Die Runde. Ja, es war gerade am Ende ein bisschen verbirrend für mich. Hey. Leon. Wie zum Teufel hast du das überlebt? Wo ich bei dir war, waren drei Leute da. Einer war close bei deinem Fenster. Einer war close bei meinem Fenster. Und der andere war irgendwo auf dem Fenster, von wo er mich umgebracht hat. Und danach springst du einfach raus, bringst jemanden um. Und wenn ich sowas mach, komm ich auf einmal vom Teelung. Toxic. Ja. Ja.